Warum der Deutsche? Wir schauen, was hinter der Ausweisung des deutschen Botschafters aus Venezuela steckt. Warum der Aufwand? Was der französische Präsident mit seinem Bürgerdialog bezwecken will. Und warum kann das keiner kontrollieren? Wieso Paketzusteller in Deutschland unter schlechten Bedingungen arbeiten? Das sind unsere Themen um 23 Uhr in Phoenix der Tag.